Komm. Äh, what? Warum hab ich das, denke ich, jetzt gemacht? Und so... Erstmal warten. I'm loving it. Ba-da-ba-ba-ba. Da oben ist doch sicher auch was, oder? Nee. Ah, warte mal. Das ist gar nicht so blöd gewesen. Jesus, tot. Da oben ist eins. Da ganz oben ist ein Stern. Da ist eins. Joa. Mehr könnte ich jetzt auch auf die Schnelle gar nicht sehen. No, was ist da? Komm, das muss doch auch hier oben was sein. Was? Auch nur? Okay, dann halt nicht. Dann nehm ich wenigstens die Münze. Warte, 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 warte. Oh, die sind neu. Die Münze sind dazugekommen. Okay. Ah, hier fehlt mir auch ein Stern, fällt mir gerade auf. Ja, dann passt es doch gut. Dann müssen wir die Nähe finden. Und wenn wir ihn hier halt nicht finden, diesen Teil, ihr kennt das Ganze, dann wird es nachgebracht. Komm, folgt mir mal. Alle. Nein. Okay, wir können die wirklich killen damit. Nice. Also mehr OP geht eh nicht mehr, aber... Ja, nee, ich kann sogar das... Ja, da müsste man halt noch klug sein, dann könnte man es auch schaffen. Ja, hier ist der erste Stern. Keine Ahnung, wo man hier liegt. Man glaubt, wahrscheinlich ist er versteckt. Ist er auch eigentlich. Ich hab ihn auch vorhin nur durch Zufall gefunden. Aber wo ist der zweite? Den obersten habe ich, das weiß ich. Also kann er nicht ganz oben sein. So. Ja, hier ist nochmal die Katzenglocke. Die Katzenglocke, Glocke. Ja, hier, was ist hier? Hier oben ist eines dieser Schlösser oder Schlüssel oder Schlüsselmünzen oder was weiß ich. Wow, 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 wow. Chill. Chill. Hier ist nur wieder nach oben. Ach, unnötig. Und dann fällt er auch unter. So. Wie der aufklettert. So, glaube ich. So. Der macht doch. Kann Handeln mit mir. Okay. Ja, was jetzt? Super. Warte. Ich hab da so... Ich hab da so ne... Ja, ne. Ich hab da so ne Vorstellung. War das jetzt wirklich nötig? Ja, das war natürlich jetzt nötig. War das jetzt nur das? Hier der Sinn. Warum? Oh, tot. Bitte mach mich nicht aggressiv. Bei der Zeit machst du es wirklich. Oh mein Gott, diese Städtsteuerung. Warum lebe ich überhaupt noch? Ich bin eigentlich normal so... Ja. Oh, das liegt gerade üblich auf. Ma, Anna! Teilweise... Ihr merkt das wahrscheinlich auch. Teilweise hab ich so... Steuerungs-Fails. Ne, komm, gib die Glocke her. Ja, die Ton... Seh der und sowas liegt auf. Da, friss. Du auch, friss. So. Eigentlich kann man ja hier... Wie kann man hier die Glatze... Die Katze verlieren? Wart mal. What the fuck is this supposed to happen? Ich überlege gerade. Ha! Aha, das sieht doch... Verdächtig aus. Ja, da ist er. Da ist er, der fehlende zweite Stern. Garret. Gut. Mein Gott, der war doch fucking off jetzt, aber naja. Den Stempel brauchen wir jetzt noch. Weil es gibt in jedem Level einen und hier ist aber keiner noch angezeigt. So, wo könnte ein Stempel sich verstecken? Und was machst du tot? Schon tot? Ist schon wieder auf Drogen, ja. Spielt schon wieder irgendwie. Ja, da ist er. Wow, das war schon wieder Lack. Schau, schau. Schau, schau. Das liegt zu übelst auf. Ich dachte... Oh, verdrückt. Ja, geht doch wenigstens da um. Dein Gott, rückt das auf. Was? Was war das denn jetzt? Ja, da ist was. I can see it. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht rauf, oder was? Ich glaube, ich bin wirklich zu blöd gerade. Ich bin wirklich zu blöd gerade. Ey, aber was ich hier für Steuerungsfails habe teilweise, ist doch gar nicht mehr witzig. Ja, das geht hier ohne Problem. Das verstehe ich auch. Achso, man hätte hier gar nicht so nach oben kommen sollen. Hier ist doch was. Also, komm. Wenn ich das hier übersehen habe in echt... Dann wäre es doch echt dumm. Oh nein. Ja, hier ist dieses Ding. Ja, das ist schon klar, aber... Das kann doch nicht alles sein. Das ist alles? Was? Ja, und hier halt runter springen für eine Stern, das ist eh klar. Badisch! Badisch! Ja, so. Die Frage ist jetzt, wo ist der... Dieser letzte... Erstens ist der letzte Schlüssel. Der ist auch noch nötig. Und zweitens, wo ist dieser Stempel? Wow! Natürlich. Sims Legend. Nee, wo ist der jetzt ohne Witz? Oh, wow! Holy fuck! How bad! Den Stempel trage ich euch nach, aber das war... Das war wirklich unter jeder Sau. Meine Güte. Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass mich einer dieser... Was? Dieser Stachis gedötet hätte, oder? Wäre doch geil gewesen. Das war wirklich... Applaus zu mir. Also, so blöd war ich auch noch nie mein ganzes Leben. Dann musste ich mir nochmal angucken im Replay, ob ich echt... Ob man das nicht sehen konnte, oder ob ich einfach blind war. Also, hier wird der Stempel noch nachgetragen. Gut, dann... Level 3. Da wird uns auch ein Stern unter Stempel. Floßfahrt zur Geisterstunde. Hört sich aber gemein an. Oh! Oh, was ist das denn? Yeah! Wir sind in der Taschenlampe. Ah, kill you! Ich mag das nicht. Ja, so. Wait! So. Ja, hier oben ist was. Das ist klar. Was? Das kann ich hier nicht auf. Ja. Stern Nummer 1. Adios. Ich finde das immer so unglaublich... What? Oh, ich lebe noch. Aber ich sehe absolut gar nichts mehr. Hey! Äh, Leute. Die Kamera ist gerade really bad. Äh, Leute. Äh. Die! Das ist so overpowered. Das ist schlimm. Ja, hier ist der zweite Stern. Ah, da drüben doch. Da leuchtet er doch schon. Oh, aber was passiert da drüben? Da ist er schon. Da drüben leuchtet er. Ich sehe ihn. Wait. Wait a minute. Äh, äh. Äh. What? What? Hey, wait a minute. LÖL! Ich glaube, da braucht man den Katzen. Das kann das sein. Ja, komm. Das ist aber auch... Kriegt man das Item oder kriegt man es nicht? Weil das wäre doch dann auch scheiße. Einfach sagen, hey, du brauchst das Item voraus. Sonst geht das nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, das machen die ja wohl nicht. Ja, doch. Also, ich würde es scheiße finden, wenn man sowas macht. Weil, komm. Du kannst dich jemandem sagen, ja komm jetzt, du brauchst dieses Item, hol dir das aus irgendeinem Level und dann, ja, schön. Finde ich eigentlich doof. Das ist sowas wie diese Schalter, die sie da eingefügt haben. Das finde ich auch mega unnötig. Die! 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 Dunst du! De! Die! Die! De! Nein! Das ist gerade485. Nee! Aber sonst tut es mir wirklich leid. Ne, also ich komme da nicht hin, das tut mir leid. Das muss ich dann nur später mal ansehen. Den Stempel haben wir auch überhaupt nicht gefunden. Ja, muss ich alles im Nachhinein. Hey Captain Toad, nice. Hey there. Thanks. So. Ja, und wie soll das gehen? Kann auch nicht sein. Wie zum Teufel bin ich hier bitte? Ganz nach oben. Aha. Ah. Ja, ja. Man muss es nur finden. Ja, und hier oben ist auch noch... Ja, und dann ist natürlich klar, wie man nach oben kommt. Und passt. Gut, Leute. Den zweiten Stern haben wir gefunden. Also ich werde ihn jetzt nochmal nachzeigen dann. Wie das geht. Im Ende von dem Part. Aber ich werde ihn... Ja, ich werde ihn natürlich holen. Aber wie gesagt, das scheint wirklich einfach ein Katzen-Mario oder Katzen-Suit. Sache zu sein, wo ich einfach nicht verstehe, warum man das einbaut, wenn das doch gar nicht als Item vertreten ist in dem Level. Aber naja. Gut. Dann machen wir weiter mit Level 4. Gefährliche Schatten-Spiele. Oh, wieder ein Schatten-Level. Das ist schön. Die mag ich generell sehr. Dann schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht mehr wirklich, was das alles war. Okay. Take it. Okay, das ist schon mal gut, Katzen. So, der Bowser. You don't scare me, bruh. Ja, hier oben ist der Stern. Da habe ich eh alles eigentlich... Wow. Ich sage, ich habe alles und genau in dem Moment werde ich gedisst. Er springt mir teilweise nicht, also das ist sehr eigen. Ach komm, jetzt wird es doch aber lächerlich. Ja, nee, aber das schaffst du natürlich, Tore. Du bist doch. Ich glaube, ich habe was verstanden. Okay, willst du mich jetzt zu trollen? Ich dachte, es geht so. Es geht auch sicher so. Ich weiß, dass es sein muss. So. Schwupp. Zu viel gebracht. Oh, ich sehe es. Komm, du planst irgendwas. Hallo? What the f***? Oh, ich habe keine Ahnung. F***.